genau so dass wir jetzt auch dann können wir innere unruhen kapitel 2 und untreu mit domestic affairs weitermachen so und weiter geht's innere unruhen kapitel 2 untreu oh ha how's life inside the military industrial complex blown up any babies with your death robots this week no sorry but hey maybe when you overthrow the government you can have me thrown in the gulag that might cheer you up all i see in the news these days is robots robots killing people robots taking jobs robots having sex with people oh ha you know in my day we'd have balloted if someone tried to give a job to a bloody robot strong industrial action is what we need um how's the ticker you've been doing your exercises like dr lund recommended that's another thing that's gone to the dogs the state of the health service in this country oh man uh okay before you get deep into another one of your rants do you fancy going for a walk nene you're just trying to shut me up well i won't fall for it yeah i guess i'll feed the pigeons without you then hmm well don't dawdle lead on why do i never get to see my grandson he came over the other week but you come over here every day some of us are say they're masochists clearly what do you do this time the fascist close ranks and forced me out didn't have the stomach for my radical proposals and there it is so and then to the park bank yeah here you go comrades get your beaks around this manky old bread i have something on my heart dad i wanted to ask something i call these two tony and allister manky old bear that's not what yeah exactly was it always easy being married to mom what not not it's fine i'm sure all marriages have their difficult moments where did you get that idea how marriage was strong your mother shone like gold mhm you know she saw the beauty and old things nini no matter how cracked and broken spending forty years seen the world through her eyes was a privilege well well she had it's nice life with us she was always so patient with us do you remember that mobile we made together the one i tore down in a straw yeah seabirds of the british ires i got it from the rspb your mother loved coming here to feed the birds everything took a turn for the worse when she left us it did didn't it you had a loving family i don't know why you turned out like you did uh yeah it's getting chilly we should get you back inside had enough of me i see okay take me home i uh imagine you're in a hurry to get back to work no i'm done for the day good you'll have time for a cuppa then we're off your tea we're off your tea you see me outside julia come around here the other day you know julia from the book club anyway she was trying to get me to sponsor a boy to climb some hill in south america can you believe the cheek of it what does climbing a mountain let alone traveling all the way to argentina have to do with charity oh oh i'm not paying for someone to have a lavish holiday who do they think they are it's an insult to be honest and if you want a holiday you can have a weekend and if you want a holiday you can have a weekend and then sugar of course of course to be shy i'll have a little more sugar keep it coming a little more seriously so zu viel zuge ist aber auch nicht gut okay schoko kekse oh was hat man denn hier was ist das zustand der augen nicht blut unterlaufen nicht geweidet keine anzeichen von rausch erscheinen zurechnungsfähig jedenfalls für dead's verhältnisse versteckte päckchen scheint nichts an der person versteckt zu haben keine versteckten waren ich kann annehmen dass sein gesamtes versteck ausgeräumt habe auch keine anzeichen von mithörern polizei hat ihn noch nicht geschnappt abwägung der umgebung offenes gebäude mit großen fenstern anfällig für überwahrung von außen sich liegen sind wir doch verdeckt annehmbar ok äh 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 und wie äh und wie äh äh mit äh äh wie heißt Cedina sehr gut neue nachricht der kann ich auf irgendwas kann ich aufhören an gestern abend zu denken oh aha wir sind in den müll damit auf genau oh man das das so ok weiter geht's ich kenne sie wir kennen uns nicht im mina your dad's friend I know who you are oh good well going anywhere nice nope um okay you know I think I'll go now sure I like your wedding ring by the way hey you didn't expect to see you today Alina erzählte was you tell your daughter I'm married is that a problem she asked about me I don't keep secrets from her she's a grown up girl this could make things difficult I guess I could always try and win her over take her out for a coffee or something do you think she could go for that probably not I don't believe in this she's on no need to sugarcoat it anyway you can invite me in oh man what is this spider you've got the wrong number I got your number from a friend I'm looking for some gear I don't know what you're talking about ah well that's a shame if you're not interested in my money I'll have to phone that other guy come to the alley of cherry tree lane in about 30 minutes ah sehr gut ist gut okay super gut dann warten wir auf dich groß haben wir von mir wie lange wirst du noch brauchen wahrscheinlich 45 minuten okay wir können auf dich warten das wäre schön diese woche wenigst einmal als familie zu essen denkst du du kannst vor 1 24 sein okay wenn ihr meint ich will nicht dass ihr beide verhungert das ist okay okay ei 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 okay so dann sind wir mal gespannt diesen spider zu treffen ah ja dann zhaft eine vorschule ja Jesus what are you playing at you do all your deals around the back of a primary school anyway this little business it's over no more dealing no more clients you're done find another profession you what you're so good well that's the show a bit thick aren't you which part do you want me to repeat or do you need it handwritten in block capitals maybe i can email it to you got some math on you jog on love before i take it to heart oh spider you're such a weak pathetic little man you serious oh yeah red devil e-sport dankeschön für deinen grade diesmal bin ich auch da man hat nicht einfach den stream laufen ok gucken wir mal an ähm zitternde hände schwitzige ihre handflächen lassen vermuten dass er zum ersten mal eine klinge hält klinge hat eine geringe reichweite und ist stumpf schwacher griff legt nahe dass er sich mit hoher wahrscheinlichkeit entwaffnen lässt ok das ist schon mal interessant taubenbeine ausgeprägter muskelschwund im quadrat im quadrizeps gefahr eines kräftigen angriffs von unten extrem gering ok ok und passende schuhe und passende schuhwerk socken ohne schuhe erhöhen das risiko blasen zu bekommen verminderte wie mediale leistungen modebewusstsein heißt weiß symptome eines schwachkopfes auf sehr gut sehr gut so was haben wir dann noch schwacher bizeps und unterarm allgemein körperlich schwach ungleiche muskelmasse zwischen beiden armen deutet auf übermäßige masturbation hin aha ok starker achselgeruch deutet auf chronische nerven hin ok bedrohungsstufe 1.2 erbärmlich haha ok zack au 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 ja das ist mein Arm gavin briggs flat 114 aureal house the villas sehr schön sehr schön du hast es gut gemacht für dich selbst hoffentlich wird das mein Punkt herausbekommen was denkst du gavin ja Pettifed wüsste ich wie geht's äh ich hab dich nicht gehört du kannst besser als das ja absolut werde dich ich werde dich finden genau ich werde dich finden ich werde dich finden genau ich werde dich in der Nähe und ich muss dich aufschauen du bist du bist verrückt wer du bist ja man lebt man lebt ja äh dein schlimmster Albtraum genau ich bin dein schlimmster Albtraum 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 alles klar das hat ihm Angst gemacht sehr gut haben wir schön eingeschüchtert gut einfach nur so ein kleiner ich bin dein schlimmster Albtraum 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 was weiß er es was weiß er es was weiß er es gar nichts äh äh was soll das zwei gegen eins nicht das schon wieder äh was soll das hat er gut erklärt äh er war der beste er ist nicht schlecht der beste Koch genau gehen wir ich springe ihn nach oben genau genau schon gut ja ah familiär läuft es nicht so rund äh äh Dan weiß Bescheid nicht umstellen das ist nicht richtig äh ich weiß noch nicht äh die Tochter weiß Bescheid dass sie ein Verhältnis hat also von ihrem Verhältnis selber von Alex und ihr Ehemann scheint auch irgendwas zu wissen nicht gut nicht gut jetzt geht es erstmal zur Arbeit wieder so das ist unser Chef äh äh großartig äh großartig als ich sein das ist lächerlich das ist lächerlich kein Spielchen mehr kein Spielchen mehr ja alter Verwalter sie werden Zeuge einer Vernichtung werden yeah nice so ok 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 ja 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 das ist ja